Es war dank Pilsen größtes Motivationsfoto von Schwarzarbeit, im frühen Alterbeginn schon. Aber er ist wenigstens glücklich. Ich bin der kleinen Schwerer auf YouTube. Diese Scheißdatei war einfach 2 Stunden lang. Was hab ich da? Zwei Stunden lang gemacht! So Freunde, ich hab's endlich fertig geschnitten. Aber der Scheiß ist leider erst in 50 Minuten auf meinem Kanal. Soll ich das heute noch hochladen? Oder es lieber morgen veröffentlichen? Ja, für heute? Nein. Dopsen ist müde. Tiger Woods ist auch müde. Ich auch. Deshalb, wenn ich mir helfe, um wach zu bleiben. Geile Tasse. So Freunde, Training ist fertig, Alter. Und mir wurde gratis Gaming Key von seinen Zuschauern geschickt, Alter. Einfach so. Ich danke dir, Bre. Ich spiele das Spiel zwar nicht, aber ich grüße trotzdem deine Ehre. Ich danke dir. Ich danke dir.